Hi, wir wollen dich heute mal befragen und wollen deine Meinung wissen. Deine ehrliche Meinung bitte. Was würde dir wirklich helfen in Bezug auf Sportwetten und deine Wettscheine? Sind es Tipps? Ist es ein bestimmtes Tool? Bitte nimm dir mal eine Minute Zeit und verrate es uns über den Link unter diesem Video. Wir wollen den Sportwettenmarkt besser machen und geben unsere Erfahrungen regelmäßig auch an Buchmacher weiter. Mit deiner Meinung kannst du viel bewirken. Danke an die gesamte Community für eure Unterstützung.